Moin moin YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im LS22 Roleplay Projekt Forna Farmer Reloaded. Schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen meine lieben Freunde. Ja, wir sind fleißig dabei unser Feld vorzubereiten, damit hier Mais drauf kann. So, da warten wir jetzt eigentlich nur noch auf den Luke, dass der hier antanzt mit dem Steinesammler. So, dass er hier das ganze schick macht, damit Chef hier Mais drauf knüppeln kann. So. Zack. Wo bleibt er denn? Hat er sich verfahren? Ach, der war fertig. Ich dachte, der war fertig. Der alte Hühner-Schräger. Okay. Wir müssen Chef dann glaube ich auf jeden Fall erstmal fragen, was wir als nächstes machen sollen, wenn wir hier fertig sind mit den Bühnen. Weil dann haben wir erstmal nichts mehr zu tun. Fliegen sollten wir und dann sollten wir fliegen. Hat er übrigens noch was? Ich bin gerade noch im Überlegen, aber ich glaube, das war's. Mehr hatten wir nicht mehr offen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob irgendwer von den anderen Leuten noch was bei mir an Arbeit abgesetzt hatte. In den letzten Wochen, wo ich nicht mehr dran denke. Aber ich glaube, das war's. Aber ich glaube, das war's. Na, mal gucken. Wenn wir irgendwas vergessen haben sollten, dann werden sich die Leute ja eh bei uns melden und dann... Das ist ja eh Ärger. Jo, Meister Lampa, hast du dich verfahren oder was? Was habe ich? Ob du dich verfahren hast? Ne, warum? Weil du immer noch nicht angekommen bist hier. Ich bin doch gleich da. Ich darf jetzt noch die Kurve und dann sehe ich dich eh schon. Hast du einen Schneckengang reingelegt oder was? Ne, ne, ich hab noch telefoniert mit Jeff. Hab Bescheid gegeben, dass ich fertig bin. Äh, du darfst dich aber beeilen, weil der kommt jetzt dann. Ich? Ja. Ja, bevor du die Steine nicht gesammelt hast, kann er nichts machen. Also, warum soll ich mich beeilen? Ja, weil sonst scheißt du uns wieder zusammen, weil wir auch mal die jamesische Zwillinge sind, weil wir schon wieder zusammen am Feld sind. Dafür kann ich doch nichts. Ne, sagst du ja nicht. Dann hätte er das vielleicht selber mal bei uns in die Dokumente eintragen müssen, dass bei uns noch was gedüngt werden muss, dass bei uns noch was gepflügt werden muss, beziehungsweise ja, pflügen nicht, sondern eigentlich gekrobert, aber wenn nichts zu grobern, keinen grober haben zum grobern. Wenn nichts drinsteht, dann soll ich in die Glaskugel gucken, was er irgendwo gemacht haben will oder was? Ne. Na, siehste. Hast du ja recht, ich hab nur gesagt, dass er jetzt dann schon fast da ist. Hier, bei uns? Ja, ja. Er kommt da glaube ich schon angefahren. Ja. Der Chef? Ja, ja, da fährt gerade einer in die Einfahrt da vorne. Alles klar. Versuchts zumindest. Sieht lustig aus, sieht interessant aus. Ne, versuch mal den Flug. Es war schon sehr schön lange her, wo wir zu dritt am Feld waren. Gleichzeitig. Wie sagst du ja? Was macht er denn? Pferde weiter oder was? Was? Er wartet, dass du die zweite Bahn machst, damit er loslegen kann. Mhm. Er hat ja die doppelte Arbeitsbreite von dir. Ja, ich sammle ja die Steine unter der Hecke ja noch mit. Das ist das nächste Mal, wenn ich mähe hier oben. Achso, ne. Was wird denn überhaupt gesät hier? Weiß man nicht. Mais, glaube ich. Ich wollte schon Gras sehen, dann konnte ich wieder mähen bis unter die Hecke rein. Mhm. Und es sind keine Steine mehr da. Mhm. 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 Du kannst ja dann aber auch selber schwaden, sammeln, pressen und einsammeln. Ja. Wenn du bis unter die Hecke mähst. Sag ich du, wie es ist. Ich mach das nicht mehr. Ne, ne. Ich hab ja schon angekündigt. Oder besser gesagt, ich hab mich in meinem Urlaub, wo ich war letzte Woche, hab ich mir do it yourself Rasenmähen nicht ganz zur Hecke. Mit Trecker. Huch. Was geht's los? Irgendwo spielt. Mit Trecker, mit was für'n Trecker? Das war ein Mensch. Mit Stanglinien hier. Der kann das nicht. Der kann das nicht. Der kann das nicht. Ich glaub der Trecker hat irgendwie Dreck im Tank oder so. Ja, ja. Bestimmt nicht. Ja, ich hab mich vor am Tank, ähm, achso ne, hab ich dir gar nicht erzählt. Du kriegst noch eine Rechnung vom Landhandelchef. Warum? Ja, ich bin in den Trecker rein und der hat geblinkt, der war leer. Und jetzt, ich wär nie mehr nach Hause gekommen zum Tanken. Also hab ich mich am Feld betanken lassen. Ist ja super. Am Feld. Die kostengünstigste Variante. Was soll ich machen? Soll ich stehen bleiben, dass er, dass er verreckt und dann, wie willst du ihn machen, abschleppen oder was? Äh, von da abgeschleppt. Hättest du den auch mal genommen. Ich dachte, das Ding stand eh oben beim, äh, Stefan. Da hättest du noch tanken können. Wo hättest du denn? Wo hättest du tanken können? Am Feld, äh? Am, am, am Hof. Ja. Ja. Ja, ich wär nicht mehr hintergekommen. Ich bin eingestiegen und da hat so ein Blink, also der hat geblinkt schon. Er war kurz vor leer. Wahrscheinlich noch gut, dass er überhaupt, äh, der Radio angegangen ist. So läuft das auch mit Diesel, das Radio oder was? Nee, aber ganz schön. Hast du eine Sonderedition da drin, die mit Diesel läuft? Nee, aber wenn's nicht an meinem Motor mehr anmachen kannst. Was hat Mike also alles wieder richtig gemacht? Ja, voll leer. Wir wollten jetzt nicht dranhängen, aber ja, er war leer. Und er hat sich nicht vorher drum gekümmert, dass, dass er zum Tank gefahren ist. Naja, egal. Verrechne aber alles. Mit was? Ja, mit der Rechnung, die dann kommt. Für wen? Ja, erstmal krieg ich die Rechnung, dann sind wir weiter. Ja gut, mir kannst du nichts abziehen, ich kriege ja nix. Ja, hast du auch nix verdient. Der Schlangenlinien, kannst du nicht vernünftig tanken. Ich? War nicht da. Ja, ich auch nicht. Wo warst du? Hast du auch Urlaub gehabt, oder was? Du redest jetzt hier mit runtergelassenen Maschinen in eine Kurve durch die Gegend. Was sind wir hier? Sportverein, oder was? Ja. Im Ausheben und Einlassen noch nichts gehört, wa? Woll. Nö. Mann, nö, Mann, nö, Mann, nö, Mann, nö, Mann, nö, Mann, nö. Wo soll ich in die Sterne hinkippen, Chef? Ja, nicht aufm Acker, wenn's geht. Hm. Hast du die Mulde nicht mitgebracht? Nee, Günther, ich kann nur ein Gerät mitnehmen. Ja, ist schlecht. Ja, siehste. Gibt's zu sagen, wo... Gesundheit! Den hab ich bis hier rüber gehört. Gibt's zu sagen, wo hier aufs Nachbarfeld? Ja, ist klar. Günther, hol... Oder Roggenwehr holt die Mulde. Günther? Hä? Hast du dich nicht vorher freiwillig gemeldet, um die Mulde zu holen? Ja, und soll ich den Flug dann hier stehen lassen, oder was? Nee, vorne ran. Da hab ich ein Gewicht. Stell dir vor. Ach so. Seit wann haben wir drei Gewichte? Aber dann... Weißer, ey. Dann hol doch einfach die Mulde kurz hier. Lass den Steine-Sammler stehen. Dann kann doch Chef schon mal anfangen zu sehen. Und ich komm dann und hol die Mulde. Ich bring den Flug jetzt erstmal schnell weg. Alles klar, ich hol die Mulde. In der Zeit bin ich dann wieder hier oben. Dann steht die Mulde hier auch nicht weiter im Weg. Aber die ist fast voll, gell, die Mulde. Ja, wir sind da eh nicht unsere Steine, oder? Wo sollen denn die Steine überhaupt hin? Na, in der Mulde sind doch alle Steine von unserem Feld, oder nicht? Das sind unsere Steine. Ja, hast du denn? Du warst doch auf dem Stafhof. Und hast das letzte Mal die restlichen Steine gesammelt, oder nicht? Ja, die haben die aber im Schafhof, haben die gleich einen Anhänger drin. Ach so. Gut. Das ist in Ordnung. Gut. Wo steht denn die Mulde überhaupt? Ich hol sie. Was weiß ich die Frage? 109, wo ich vorher gerade war. Ja. Irgendwo das bisschen noch rein, was du da drin hast. Ja, ich denke. Ich hoffe es. Wir haben den Bach zugekippt hier. Wir haben den Bach zugekippt hier. Kann es auch nicht machen, hätte sich wieder irgendwer beschwert. Ach, hätten wir alles dem Vogel in die Schuhe geschoben. Hat der da oben in der Ecke irgendein Wohnfeld? Hat doch nichts zu bedeuten, oder? Was mit den Feldern, die du jetzt angeseht hast, muss da nochmal Dünger drüber, oder? Da muss Kalk, da muss gedüngt werden, das volle Programm. Macht man Kalken nicht vor der Aussaat? Ne, musst du nicht unbedingt. Okay. Haban ja, aber da war irgendwie nicht schnell genug bei uns. Oder wusstest du nicht, dass er gekalkt werden muss? Das hältst du nicht. Das hältst du nicht. Das hältst du nicht. Gut, also werden wir gleich nochmal die Felder kalken an- und dünnen. Kannst du erst dünnen und dann kalken, je nachdem wie du willst. Na dann machen wir das doch, dann fahren wir jetzt und holen den Düngestreuer, machen den leer vielleicht und dann kalken wir. Da kommt unsere Spritze zurück. Na dann machen wir das dann, machen wir Kalk. Weil das dauert länger und du da oben die Mulder einfach stehen lassen scheiß drauf. Perf? Ja bitte. So, Frage. Ich habe vorher mit dem Günther geredet, wegen der Platzierung im Unternehmen. Wo bin ich denn jetzt? Bei Made haben wir schon festgestellt, bin ich nicht mehr. Bin ich jetzt Praktikant, Lehrling oder Angestellter? Wenn ich schnell mit der Mulde wieder da war, bist du erstmal elender Praktikant. Okay, dann sag mal, was bin ich jetzt im Moment? Die Vorstufe zum elenden Praktikanten. Alles klar. Wie nennt sich die, dass ich mir das aufschreiben kann? Die Vorstufe zum elenden Praktikanten? Ja. Ne Praktikanten-Marde. Voll. Ich habe es dir gesagt. Was machst du schon wieder hier im Funk? Entschuldigung, dann darfst du sowas nicht über Funk klären. Ja, du musst doch nicht überall zuhören. Das gibt es doch gar nicht. Doch? Du bist von normaler bis zu die Praktikanten-Marde. Wunderbar. Das war ein Scheißdreck. Komm, wir haben Kontakte, Mensch. Wir werden fertig werden. Ich bin, ich fahr gerade am Schloss vorbei. Wem gehört das eigentlich? Jetzt ist mir doch egal, solange wir es nicht verarbeiten müssen. Also, na gut, mir könnten wir die steigen. Wir können die steigen. Geht sie los jetzt. Katastrophe, was war das denn? Keine Ahnung, was das wieder war. Weiß ich nicht. Ja, Chef muss sein Telefon nochmal richtig irgendwo in die Tasche stecken. Das war ja, das hat sich ja ganz komisch angehört. Ja, aber ich glaube, der hat das auf eine volle Lautstärke gestellt, oder? Das weiß ich nicht. Alter, mir jetzt fast die Ohren weggeknallt gerade. Echt? Ja. Weiß auch gar nicht. Also, ich hätte ihn ja jetzt gerne gesagt, dass er mir mal die Füße anfassen kann, ne? Wieso? Naja, dass wir jetzt noch kalken sollen. Ja. Ja. Und dann noch düngen. Mit. Er ist hier schon wieder nicht bei, aber sicher. Was hat schon wieder los für'n Geschwätz? Hey Chef, lass den. Ich mach das fertig. Ja, ja, bring die Mulde weg. Ja, ja, ist. Ja. Ich weiß. Mir aber egal. Danke für's Gespräch. So, was ist jetzt schon wieder los hier für ne Debatte? Was? Ich wach's Bienen scheiße so nicht. Was für ne Debatte hier schon wieder am Laufen ist. Das kann ich nicht. Ich will ne Gewerkschaft gründen. Was? Güte, ich glaub du hast noch nicht alle Latten am Zaun oder was? Wärst du ein Deutz oder was? Ich hab gar nichts gesagt, Chef. Er war sich nicht ganz sicher, wie das jetzt hier mit dem Dünger und Kalken aussieht. Ist doch kein Problem. Ich habe beim Landteil den Spezialkalk bestellt, wasserlöslich. Den bringen wir auf und dann löst er sich auf und zieht in die Erde rein. Und er kann die Pflanzin aufnehmen. Wo ist das Thema? Nischt. Ich fahr jetzt erstmal düngen. Also, alle Fragen geklärt, oder? Und bis wir das ernten, wird's wohl auch mal geregnet haben und ich kann die Pflanzin den Nährstoffe aufnehmen. Okay. Alle Unklarheiten beseitigt? Ja. Ja, gut. Was soll ich denn jetzt machen? Die Mulde wegbringen, hab ich dann gerade gesagt. Ja, aber dann... Ja, aber dann... Du kommst ja an, wo es die Steine landet und dann kann ich den Fug mit der Sorge nach Hause bringen. Dann können wir hier einen Roboter in der Deckung. Und ansonsten kannst du den Stand zum Landhandel bringen. Komm, dann sollen wir da wieder berufen. Steiner, du machst dir die Mühe und machst dann am nächsten Mal einen Steinmauern-Lehrgang und mauerst und so eine schöne Steinmauer mit den Feldsteinen dahinten. Kev, du hast jetzt nur die 92 Grad angepflanzt, oder? Nein, die 35 auch. Haben wir reingehauen. Die 35... Die 35 auch? Ja. Ja, okay. Dann fahr ich zur 92 und dann... äh... ... zur 35. Können sie gerne tun. Okay. Bis dahin solltest du da oben ja wahrscheinlich auch fertig sein, wo du jetzt bist. Wird schon die restlichen Steine eingesammelt und fang gleich wieder an an zu sämen. Ja, super. Weil die wird reingehauen. Ja, ja. Nicht nur Frühstück und Mittag. Auch Abendessen gibt's. Nur wenn's fertig ist. Okay. Dann klingt das doch nach nem Plan. Dann fahr ich da jetzt überall düng. Was ist eigentlich mit den anderen Yogis? Haben die sich bei dir krank gemeldet oder sind die immer noch im Urlaub? Keine Ahnung. Kein Bild, kein Ton. Wir kommen nicht. Okay. Weiß ich nicht, was das für eine Arbeitsmoral wieder ist hier. Dann kriegen sie vom Lohn abgezogen. Wir kriegen ja keinen. Wird schwierig, ne? Jetzt mal Frühjahr fällt im Rahmen mit Sparten. Wie beim Mund tiefstechen weit werfen. Das will ich sehen. Wieso willst du da oben mitmachen oder was? Ne, ich will sehen. Könnte ja sein, dass er dabei sein will. Jetzt hätte ich eingefädelt. Ne, 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 ne. Die dürfen ihre Strafarbeit alleine machen. Schlepper nicht tanken. Gibt's ja gar nicht. Das ist frech, ja. Wollte die Karre schieben nach Hause oder was? Hätte sich wahrscheinlich abschleppen lassen. Wie das letzte Mal. Ja. Wenn die vielleicht keine, keine, keinen Gülle im Wagen und Gülle im Sport da kaufen sollen, sondern dann abschleppen. Jo. Den brauchst du wahrscheinlich bei unseren Kollegen eher. Aber meine lieben Freunde, das wär's auch mit der Folge. Däumchen raus. Abo raus. Schreibt gerne in die Kommentare. Und Kuss auf die Lust. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Öl.